Lass uns eine Challenge machen. Auch heute gibt's was Neues. Ich bin der Astronaut der Liebe. Zu mit mir zusammen sein. Von den Freunden aus der Berlin School of Arts. Der Hausmeister erträgt es nicht, an einer Schule zu sein, wo alle kreativ sind. Deswegen will er eben tanzen lernen. Der Biermann möchte tanzen lernen. Ja! Verpasse nicht eine neue Folge Spotlight. Heute 19.50 Uhr. Nur bei Nick.